Hey Leute ich bin's euer Chris und wir sind gerade wir haben jetzt unsere letzte Prüfung gemacht und jetzt? Also wir sind hier ein bisschen an feiern und Lars spielt gerade alleine ein Spiel, warte, er sagt euch mal wie es heißt Es heißt irgendwie so mit Marshmallows Wie viel bist du? Bei 10 oder? Bei 11! Jetzt ist er bei 11 Wir haben noch mehr Moment ich muss ihn mal... Ok wir sind bei... Es ist stehen im Regen, komm mal rein Ok 12 Ok 11 Ok 0 Ich würd sagen 12 So und das war jetzt so der Anfang also jetzt sind die Prüfungen vorbei und jetzt haben wir wie angekündigt Zeit für Videos Zeit für Videos Und jetzt kommen... Let's let's krusel Also das kommt jetzt... Let's krusel Dann kommen auf jeden Fall wieder Commentaries und Gameplays mit den Tags am Start Oh ja, wir haben eine ganz besondere Montage und zwar eine Fun-Tage auf meinem Kanal ist schon hochgeladen Wir laden es noch auf für 6 TV Wir wollten es nur, also schon länger fertig Wir wollten uns jetzt nur noch warten bis dann wirklich wieder losgehen Und das ist dann das erste Video sein also nach diesem Video das erste Video sein was wieder kommt Lars wieder und eine Runde Ciao Ivani Ciao Ivani Ja also wir sind jetzt grad hier noch in der ganzen Klasse und... Ja also... Let's krusel habe ich schon gesagt Achso und äh... Wir haben noch einen Kumpel der wird da wahrscheinlich mitmachen Und... Mal gucken... Sollen wir noch mal gucken aber einen Druck? 13 muss er jetzt schaffen, gell? Wie viel bist du? 4 Tavivani Tavivani Okay... Dann film mal Lars Tavivani 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 Hey fick dich halt, okay mein Dicke dich halt Ihr soll sich dicken, Alter Tavivani 9 Chici 10 Ich habe youuldade Tavivani 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 WSKMH Keine Ahnung, wir schmacken einfach nachher Zahlen, wenn man zahlen will. Ich glaube, ich mache 12. Mach einfach gemütlich bis 12 jetzt, glaube ich. Komm, ein Froschland hat schon den Rekord verbrochen. Erwein. Geht da noch was? Geht da noch was? Geht mal rein. Ich glaube, wir waren nicht. Ich glaube, ich bin bei 14, oder? Miss, gib mal nochmal einen. Warte. Okay, jetzt geht nicht mehr. Also, ich glaube, das waren jetzt 14, oder? Oder 15. Was ist hier draußen? Na ja, also, das war's dann. Dann viel Spaß noch bei den Videos. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.